Falls ihr übrigens dieses Schema zum RAAS hilfreich findet und es zum Lernen brauchen könnt, dann könnt ihr das sehr gerne in meinem Shop runterladen. Ich habe es dort kostenfrei eingestellt. Ihr findet meinen Shop unter pharmalogisch.de. Ganz rechts oben ist der Button, wo ihr draufdrücken müsst und dann findet ihr dort alle meine Produkte. Und wie gesagt, nicht alle sind kostenpflichtig, unter anderem das Schema des RAAS könnt ihr dort einfach so kostenfrei runterladen. Und wenn ihr dazu noch ein bisschen Erklärung hören wollt, dann schaut euch mal bei meinen Podcasts um hier auf dem Kanal. Da habe ich vor einiger Zeit auch das RAAS ein bisschen genauer erklärt. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart und wir sehen uns morgen wieder zum dritten Video im Advent.